Hey Leute, in diesem Video für erstmal, wie man eigentlich so einen Oberflächenskimmer anschließen und somit natürlich auch richtig am Pool einbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall installiere ich mal einen Einhängeskimmer von Intex an meinen kleinen Ausstellpool, welcher übrigens auch von Intex ist. Doch normalerweise funktioniert das alles bei den anderen Herstellern relativ ähnlich. Und am wichtigsten ist überhaupt, dass unsere Filterpumpe bzw. auch die Sandfilteranlage auf jeden Fall genug Leistung hat. Laut Intex muss diese nämlich einen Mindestdurchfluss von 3800 Liter in der Stunde haben, sonst funktioniert das Ganze einfach nicht. Zuerst mal sollten wir unseren Skimmer richtig zusammenbauen. Hierfür habe ich die einzelnen Bauteile einfach mal auf den Boden gelegt und nun können wir auch schon, wenn es beim Kauf noch nicht so war, diesen losen Deckelrand von unten auf den blauen Einsatz drauf geben und danach können wir eigentlich auch schon den Filterkorb richtig einsetzen. Ich persönlich bin aber ein großer Fan davon, dass wir solche speziellen Filtersocken einmal noch davor drüber geben. Die haben jetzt nämlich einfach die Funktion, dass auch schon gröbere Verschmutzungen wie zum Beispiel Laubblätter oder natürlich auch Insekten hier drinnen hängen bleiben. Und dadurch bleibt unsere Sandfilteranlage einfach viel länger sauber. Wenn diese dann nämlich dreckig sind, können wir sie einfach rausnehmen, auswaschen und wieder einsetzen. Und falls sie doch einmal reißen sollten, ganz einfach einen neuen Filtersocken einsetzen. Jetzt aber erst einmal unseren Behälter nehmen und da können wir auch schon dementsprechend unseren Korb ganz einfach einsetzen. Und danach kommt noch von oben dieser blaue schwimmende Einsatz drauf und wir haben unseren Skimmer auch schon richtig zusammengeschlossen. Als nächstes benötigen wir dann eigentlich nur noch unseren Schlauch und den können wir auch ganz einfach ohne spezielle Dichtung und vor allem auch ohne irgendwelche Schlauchschellen von unten drauf geben und es sollte auf jeden Fall schon passen. Unsere Halterung besteht normalerweise aus zwei Bauteilen und da müssen wir nur darauf achten, dass dieser kleine Knopf hier vorne auch in das entsprechende Gegenstück reinpasst. Deswegen am besten mal noch den Knopf etwas nach unten drücken und es sollte auch schon von alleine einrasten. Dann können wir nämlich schauen, dass auch die Halterung von unserem Skimmer nach hinten wegschaut und ich gebe es einfach mal noch in die entsprechende Halterung hier hinten rein und kann es jetzt auch schon mal hier vorne im Uhrzeigersinn festdrehen, dass unser Skimmer auch schon von alleine daran hält. Der richtige Ort für unseren Oberflächenskimmer ist übrigens in der Nähe von der Ansaugdüse, da wir natürlich mit unserem entsprechenden Schlauch auch hier gleich anschließen müssen und ich gebe dir auch noch den Tipp, dass du den Skimmer lieber nicht auf der Seite in der Nähe von der Einströmdüse befestigen solltest, da natürlich die Strömung von dieser unseren Oberflächenskimmer auch etwas beeinflussen könnte. Deswegen lieber etwas weiter entfernt ansetzen. Zum Befestigen haben wir auf der Rückseite noch zwei solche Schrauben und da muss ich nur darauf achten, dass unser Gegenstück hier vorne auch richtig rum natürlich auf das Stahlrohr drauf gesetzt wird. Bei mir sollte das passen und dann können wir es auch schon nämlich leicht im Uhrzeigersinn einmal festdrehen. Das Einzige, worauf wir jetzt noch achten sollten, ist, dass der Oberflächenskimmer natürlich nicht irgendwie schief stehen sollte, sondern wir richten uns das Ganze auch noch relativ gerade aus. Bei mir sollte das jetzt auch passen und dann einfach noch final mit Gefühl per Hand festdrehen. Die Höhe von meinem Skimmer schaut übrigens auch gut aus, da ist nämlich wichtig, dass der Korb auf jeden Fall mindestens zwei Zentimeter unter der Wasseroberfläche sitzt, dass natürlich dieses schwimmende Bauteil auch schön auf der Wasserfläche oben schwimmen kann. Und falls du uns jetzt etwas verstellen müsstest, einfach diese Verschraubung hier hinten noch gegen den Uhrzeigersinn leicht lösen und dann können wir den Skimmer auch schon runter bzw. natürlich auch noch hoch schieben. Damit wir den Skimmer an der Soundfilteranlage anschließen können, am besten einmal den Anschluss vorsichtig herausdrehen und dann können wir nämlich hier vorne auch schon diese Öffnung ganz einfach gegen den Uhrzeigersinn einmal runterschrauben. Und beim Kauf vom Skimmer war auch so ein spezieller Adapter noch dabei. Den gebe ich jetzt einfach mal im Uhrzeigersinn hier drauf, ziehe es handfest an, das sollte auch schon passen und gebe meinen Anschluss wieder in die entsprechende Poolöffnung rein. Falls es bei dir nicht so einfach funktioniert, auf der Rückseite mal am entsprechenden Anschluss auf jeden Fall die Schlauchstelle etwas öffnen, dann können wir nämlich auch schon unseren Adapter richtig rausnehmen bzw. wieder reingeben und zum Schluss einfach die Schlauchstelle wieder im Uhrzeigersinn verschließen. Bei unserem Skimmerschlauch nur darauf achten, dass wir diesen noch ordentlich entlüften, dass wir natürlich die ganze Luft nicht irgendwie auch in der Soundfilteranlage drin haben, das sollte bei mir auch schon passen und dann wie zuvor auch einfach mal auf den entsprechenden Adapter drauf geben und da benötigen wir ebenfalls wieder keine Schlauchstelle. Sobald ich meine Soundfilteranlage einschalte, können wir auch schon schön erkennen, wie der ganze Dreck automatisch in unseren Oberflächenskimmer hineingesaugt wird und falls es bei dir zu Hause jetzt doch noch Probleme geben sollte, dann auf jeden Fall schauen, dass wir die ganze Luft aus dem System rausbekommen, dass die Soundfilteranlage einmal rückgespült wird oder auch einfach mal den Filtersocken rausnehmen, falls auch das nichts bringen sollte, dann muss vermutlich eine stärkere Pumpe her und somit haben wir auch schon so einen Oberflächenskimmer richtig angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch einen Oberflächenskimmer, Filtersocken, einen Aufstellpool oder vielleicht sogar eine etwas stärkere Pumpe zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.